ja und somit herzlich willkommen zu einem neuen reaction hier auch im kanal heute schauen wir uns den trailer von avatar frontiers of pandora an der offizielle story trailer und ich dachte mir das ist auch gerade eine gute möglichkeit mein neues mischpult beziehungsweise mixer auszuprobieren den rote streamer x ich hoffe es stimmt also mit dem ton ansonsten werde ich das gleich im nachhinein sehen und ja ich würde sagen wir schauen uns einfach mal den trailer an ich weiß ich bin mittlerweile schon wieder einen monat zu spät aber ich habe ihn trotzdem noch nicht gesehen und deshalb möchte ich mir das gerne noch anschauen let's go so ich bin mal gespannt i am not me now you are what i made you i was abducted by the rda and trained in their ways for 15 years they kept me from my world and my people wait you have the mark you are sorry to the poor child knows nothing of our way that whole tree be a refuge from your buttons i must seek those who can teach me the ways of the not be and help me reconnect with my world ich glaube es wird so ein schönes spiel wenn man sich so die spielwelt anschaut okay you are starting to think like a nafli now we will teach you to ride like one now pandora is under attack again I will not allow the RDA to destroy this land. This is my home. The Navi will fight on your side against the RDA. I am not V and I will protect Pandora. Sivako! Avatars Frontiers of Pandora 7. Dezember 2023 Ich muss ja sagen, das Spiel sieht schon wirklich ziemlich nice aus. Und ich glaube es wird schon richtig in die Ubisoft Formel reingehen. Also sprich Richtung Far Cry. Wahrscheinlich einfach im Avatar Universum. Mal schauen. Ich bin da gespannt drauf. Es sah zumindest ziemlich gut aus wieder. Ja, offizieller Story Trailer. Okay, hätte man jetzt nicht unbedingt so nennen müssen. Finde ich. Man hat jetzt nicht unbedingt sehr viel Story Relevantes gesehen. Aber gut. Ich bin gespannt. Pre-Order to get a Bonus Pack. Könnte man auch machen. Aber. Ich würde sagen. Wir warten einfach ab, bis vielleicht nochmal ein Video rauskommt. Oder bis zum 7. Dezember. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Das steht fest. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.